Der TROY-A-Hole ist für heute weg. Das ist unsere Chance. Nehmt sich über Reggie. Ich werde sie helfen, dass sie eine Interferenz haben. Aber teilweise erwachsener als die Erwachsenen hier. Deswegen kann ich auch nicht die Antwort, bzw. seine Reaktion von Sarahs Vater, die Reaktion nicht ganz verstehen. Von wegen, ja, du bist ja nur ein kleines Mädchen, du hast da nichts zu sagen. Ich finde, sie hat sehr viel zu sagen, weil sie auch schon sehr viel mitgelebt hat. Und wir gucken uns jetzt mal hier als erstes um. Wie war das noch gleich? Erst angucken will ich das. Hm, können wir das öffnen? Nein. Tja, lass mich doch. Och, ich bin halt neugierig. Ex-Samin-Hose-Hose-Reel. Hm. Funktioniert nichts. Da oben ist eine Leiter, abgebrochen. Vielleicht können wir darüber. Und ein Seil. Hm. Stacheldraht. Ouch. Ja, ouch. Da kannst du dir sehr viel tun, Clem. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ein Fens. Wir sollen ja nichts anfassen eigentlich, aber wir machen das trotzdem mal. Hm. Okay, sehr stabil. Clementine, bitte. Ich habe mich wirklich gut gefragt. Ich will nicht, dass... Hey, was zur Hölle macht sie? Wie war das? Oh, das... Nichts. Nichts. Du wissen, Kinder. Sie lieben... ...Nicht zu hören. Du hast eine Arbeit, Reggie. Das ist eine echt beeinfurt. Ich werde das übernommen. Ich werde das über das. Bitte, komm. Hey, nicht so wie das, Mann! Du schluckst dich. Ich weiß dich nicht. Ich weiß nicht. Dad! Okay, wir hätten uns noch weiter... ...dass uns einen Weg rausfinden. Bist du es für dich? Es ist dir, dass ich... Ich versuche es. Du wirst alles gut machen. Jetzt schau dir ein bisschen. Wir brauchen es. Ey, hallo, das ist ein Kind. Ich versuche es. Ich versuche es. Die Herd wurde ein bisschen näher, wie heute Morgen, aber das noch nicht wirklich bedeutet, dass wir uns geholfen werden. Nein, wir monitorieren die Situation. Jetzt, es gibt einige Leute, die vielleicht so schwer zu sein, was passiert, und wie es ging. Das ist alles in der Vergangenheit, jetzt. Also, einige von euch sind neu in unserer Gemeinschaft. Einige von euch sind Mitglieder, die nachdenken. Aber wissen Sie, dass Sie hier finden, die Verpflichtung zu finden, durch die Verpflichtung zu zeigen, durch was sicherlich sein wird. Reggie hat letzte Nacht geflogen, aber das bedeutet, dass er keine Hoffnung hat. Heute wird es ein Test für ihn, also wir alle wünschen ihm den besten Glück. Wie du schlappst? Ich werde Reggie sein, dass Sie alle ein Beispiel sein. Ich bin so tired. Salvation ist disponible, aber es muss nicht sein, dass ich ihn erinnere. Jenner will be taking over Reggie's duties außerhalb der Welt. Du musst nicht so sein, dass es nicht so sein, dass Michael weiterentwickelt wird. Ich habe nur gedacht, dass ich es schlaufe, bis ich es schlaufe. Carlos! Ja? Ihr Kind scheint zu sein, dass es in need of eine Verpflichtung zu haben. Ich bin sorry. Sarah, ich habe mich zu Herrn Carver. Was? Was? Er soll sie züchtigen? Uh, it's my fault. Oh, it's my fault. Hey, no one's fucking talking to you. Unless you want one of what she's about to get, I'd pipe down, Missy. Nein. I'm sorry, Dad. I'm sorry. Close your eyes, honey. It's only going to sting for a second. Oh, nein. Nein. Tu's nicht. I'm sorry, Sarah. Stop! You're not calling that girl anymore. Let her sit there and think about what she's done. Try get Carlos to his post. Everyone else should have their assignments. It's time to get to work. Uh, in the armory? Soil, I'm coming up! God damn these things! Oh, shit. Clementine! Who is this? She's one of the new people. She was with Carlos and Sarah and- Ugh, Sarah? I wish she'd stayed gone. She's had a hard time, Becca. So have we. We're not sitting on the ground like babies. Go on inside. Bonnie's waiting. Bonnie? Bonnie? Hey, I guess you're starting your day with me. We're loading magazines. Well, that's it. You got it. I suppose I owe you an apology. I wasn't truthful when I came across y'all at the lodge, and I was shown a kindness I never would have expected from a group of strangers. But now folks are dead, and I can't help but feel I'm to blame. But the plan was for no one to get hurt. I truly believe that was the intent. At least it was mine, going into it. We're schweigen. I understand, you're mad at me, and you've got every right to be. But I wanted you to know, I regret my part in all this. I apologize. Which doesn't account for much, but it's all I can offer right now. We're schweigen, weil wir Bonnie ja schon aus dem DLC kennen, wie die anderen beiden, die gerade aufgetaucht sind. How was your first night in the yard? I know, it ain't so comfortable. But, it's safe. You mean my first night in prison? It ain't a prison. More of a work release. Didn't they do those in prisons? I, probably. I don't know. I've never been to prison. Don't tell no one. Trying to keep a tough reputation. Hmm. I was supposed to go. When Luke and Carlos and all them left, I was planning on leaving, too. Why did you leave? I mean, we're safe here. We got power, we got food. Why didn't you leave? I mean, if I'm being honest, I guess I chickened out. I justified not going by telling myself. It's easier to try and change something that's broken than start all over. Take this situation with the herd. That's the type of thing that rips a community apart. He keeps things in line. He's got a lot of this stuff figured out. Nobody's safe here with Carver around. You're safe if you stay on his good side. I would if I knew where it was. I mean, it ain't easy keeping a group this big fed and protected. I don't envy that position. Figured that'd make anyone a little stressed. Hmm. I'm not defending what he did. That was... He killed Walter. I'm alive because of him. That's just a fact. He killed Walter only to protect his own people. Kenny could have killed us all. But he didn't. Bill overreacted. He was in the heat of the moment and he overreacted. Luke had ideas about how things should go, but they didn't line up with what Bill was thinking. They butted heads. Then Rebecca started showing and that only made things worse. Maybe Luke was right about him. I wish he was around, but... I just hope he's safe. Hey, Bonnie. Is that girl down there? I need to come get her. Yeah, she's here. Okay, I'll be right over. Was ist denn jetzt los? Warum? I'm sure it's fine. Oh, almost forgot. I grab this for you. Was hat sie denn für uns? Ein Pullover. Ah, weil's draußen kalt ist. Huh? What do you think? Hmm. I found it at the lodge you all were at. I think it might be for scan. Had to wait for no one to be around to get it to you. I don't know. Oh, you don't like it. It's not that. I thought it was kind of cute. Well, this ain't a fashion show. It'll keep you warm. You better watch yourself. I think some folks might be jealous of that cool jacket of yours. Oh, there you are. What's with the ugly jacket? Tavia. What? Never mind. I'll see you later, Clementine. Come on. Genau, Tavia hieß sie. Schwarze. Come on. Sie hat doch die ganze Gruppe aus dem DLC zusammengebracht und dann hier hingebracht. Ergo, hab ich ihr eigentlich vertraut, aber scheinbar sollte es nicht so sein. Ich weiß es nicht. Stay in here for a minute. I'm gonna radio down and find out what you're doing. Don't touch anything. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich höre jemanden jammern. Ist das Sarah? Es ist Sarah, ja. Es ist Sarah. Das Jammern erkenne ich überall. Ich weiß es, es wird schwer sein. Mein Vater hat mich niemals verletzt. Selbst wenn ich wirklich schlecht war. Er hat mich niemals verletzt. Er wollte es nicht machen, Sarah. Carver hat ihn gemacht. Er ist der schlechte Typ, nicht dein Vater. Also, in einer wunderschönen Weise, Carver ist der Typ, der dich verletzt, nicht dein Vater. Ich glaube, so. Carver hat mich super schwer, weil es immer so schmerzt wie verrückt ist. Ja, es sieht so aus. Oh, danke. Für versuchen, zu helfen. Ich weiß nicht, warum die Leute so schmerzen müssen. Wie, selbst wenn ich wirklich schmerzt, ich noch nicht mehr will, ich nicht mehr so schmerzen kann. Nicht das so schmerzen. Ja, ich verstehe. Reggie ist in charge hier, okay? Listen to him carefully. Ja, kein Problem, Tavia. Okay, wir müssen gut machen, Leute. Die Kampen ist auf uns. Come on, ich zeige dir, was zu tun. Es ist super easy. Oh, und so Sie wissen, Bill yelled at me this morning for what you were doing last night. I'm not mad, but please, please, just listen to me today. I'm on like the thinnest ice with that guy. Pick up a pair of those shears. Okay, so we're picking these berries, right? Just pick them, put them in the basket, simple. While you're at it, if you see any dead branches, take those shears and cut them off and stack them neatly for composting. Got it? Sarah will irgendwas machen, was nicht gut ist. Hey, so... Is she gonna be okay? Cause what happened down there? That was straight fucked up. I don't want her freaking out and getting me in trouble. I'll take care of her. And you don't have to worry. Good, good. Cause I'm awful at that stuff. Look, Bill's had it out from me ever since I helped those guys escape. So I gotta concentrate on my work. Tja. Ich habe das Gefühl, dass Sarah echt was Dummes machen möchte. I won't do that again. I'm gonna go work now. Help Sarah. Do your own work. Wir helfen ihr. Hey. Here, watch me. Das wird nicht gut enden. Das ist nicht so hart, Sarah. Ich weiß, ich bin nur Angst, dass ich einen Fehler mache. Es wird nicht der Ende der Welt sein, wenn du das machst. Just keep going. Oh, Scheiße. Oh, nein. Ich kann diesen Typen nicht leiden. Und er erinnert mich sehr stark an jemanden aus der Serie. Und zwar an den Governor. Ich kann mich sehr stark an jemanden aus der Serie. Ich kann diesen Typen nicht leiden. Und er erinnert mich sehr stark an jemanden aus der Serie. Ja, Bell. Hey. Was ist hier passiert? Look, Bell, sie sind neu, und ich mit meinem Arm? Es ist einfach nicht so easy. Ich habe nur einen Arm. Shut up, shut up. Shut the fuck up. Du besser hast eine Explanation für das. Und ich meine jetzt. Bell, bitte. Es ist einfach so, dass du mir eine Entschuldigst. Wenn ich eine Explanation für eine Explanation hast. Wir werden es getan. Just give us some more time. Time's up, Reggie. You had a task. You didn't get it done. Looks to me like you failed. It was my fault. I didn't show Sarah well enough. I guess. Nah, this ain't your fault. We talked about this, Reggie. Didn't we? But you just don't get it, do you? Get what? Why don't you girls wait outside? Reggie and I have a few things to talk about. Thanks for the help, girls. What's wrong, Sarah? Are you okay? Alter. I gave you plenty of chances. No, no, no. Please, Bill. No. No. Please. Ah. Du Arschloch. Ich will dich umbringen. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch.